Das ist ein verrücktes Jahr. Jetzt haben wir wegen Corona auch noch unser großes Weihnachtskonzert ausfallen lassen in der Sachsen-Landhalle. Ja, aber Weihnachten muss nicht ausfallen. Wir haben als kleinen Trost einen musikalischen Weihnachtskalender von der Jugendkunstschule gebastelt. Diesen haben wir als Auftrag unserer FSJ-Lerin Maria Fleischer übertragen. Und die hat die Beiträge gesammelt und jetzt geht sozusagen jeden Tag ein neues Fensterchen ans Netz. Und da kann man sehen, was wir alles an der Jugendkunstschule machen, so anbieten. Und wir haben jeden Tag noch eine kleine Überraschung. Ja, ich selber, ich bin Fan der erzgebirgischen Weihnachtsmusik und habe ein erzgebirgisches Weihnachtslied für den E-Pass arrangiert. Vielleicht kennt ihr da eine oder andere. Viel Spaß bei den einzelnen Türchen. Ja, ich bin Fan der, ich bin Fan der, ich bin Fan der, ich bin Fan der. Ich bin Fan der, 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 ich